Meint der vielleicht, ist hier eine Windmühle? Habe ich irgendwas übersehen? Ah, da sollte ich mal gründlich... ...ein Bärf. Rotes Haus. Ah, hier oben. Windmühle. Alles klar, haben wir das auch schon mal. Dann können wir das doch bauen. Aber warum gehe ich auf bewegen? Sollte ich mich mal ein bisschen sputen. Rotes Haus, habe ich noch gar nicht. Durch direkt zwei neue Sachen. Windmühle, Ventilator und das Lesegerät. Das Lesegerät kriegt man irgendwo her. Müssen wir mal die Parts durchgucken. Ich weiß es nicht alle auswendig. Neue Waffen und zwar den Boa. Sag Cheese! Das ist aber nur der erste. Man kann ja mehrere bauen. Aber wir bauen jetzt erstmal die Sachen, die wir noch nicht haben. Alle weiteren Erfindungen werde ich dann vielleicht nachholen. So, dazu brauchen wir jetzt... Wo haben wir das Fass? Wir brauchen das Fass, den Pfosten. Fass, den Arbeitsroboter. Den haben wir erst vor kurzem bekommen. Und jetzt kriegen wir neue Waffen. Und zwar... Die Hammerarm. Das ist so verbuggt hier. Ich weiß nicht warum. Ähm... Die MG-Arme haben wir uns geholt. Nur bei Kona haben wir. Zum Reu-Arm haben wir auch. Dann fehlt uns noch das. Okay, ich glaube das haben wir nicht. Dann muss ich gleich mal fotografieren. Okay... Aber der ist ja ganz leicht. Nein, den haben wir noch nicht. Das... Das Foto, was ich jetzt brauche. Aber da wir jetzt eh nach Heimrader müssen... Dort kriegen wir nämlich das Foto. Natürlich. Hoffe ich mal. Sollte eigentlich klappen. Und zwar meine ich... Es ist das hier. Geysir. Genau. Genau. Das brauche ich. So. Ich habe ihn in dem Buch hatten. Und weg dann zu dem Geysir brauchen wir erst mal. Machen wir den dann hier. Da. Geysir. Äh... Dann ein Fass. Und zu guter Letzt die Energieröhren. Und dann kriegen wir... Komische Dinge. Laserarm. Ja, es funktioniert. Jetzt haben wir sehr viele Sachen, die wir bauen können. So. Was haben wir hier? Silberbeile brauchen wir. Metallstücke. Den Bauarm können wir schon mal bauen. Hier haben wir Beine. Da fehlen uns Metallstücke. Multi. Fehlt uns Silberball und... Metallstücke. Oh ja. Umheimlich viele... Metallstücke. Fehlen uns. Ich glaube Silberbälle hätte ich mal alle nicht verkaufen sollen. Ähm... Ja gut. Man wird jetzt schlauer, wenn man hier weiterkommt. Die sind glaube ich jetzt unheimlich teuer. Ich glaube ich muss jetzt 200... Bis 250... Ähm... Metallstücke kaufen. Ich kann glaube ich nur bis... Ich kann nur 200 kaufen, aber mehr habe ich nicht. In der Tasche. Ähm... Ja, die Silberbälle... Mal gucken. Beim nächsten Mal, wenn ich hier... In den Ebenen komme. Nächsten Kapitel glaube ich. Oder ich hole mir das Geld im Nachhinein. So. Ganz viele Metallstücke. Ja, seit 2000. Ich kann gerade mal... 200 mitschleppen. Wir brauchen mindestens... Ich glaube 20 bis 25 Stück... Ähm... Silberbälle. Ähm... Ja, komm. Ich brauche mal 200 ein. Kann ich irgendwas verkaufen? Was ich jetzt nicht brauche. Ich verkaufe jetzt einfach mal das hier. Ähm... Das verkaufe ich auch mal. Das brauche ich auch nicht. Ich glaube... So 2000 kriege ich glaube ich noch nicht hin, oder? Den Hecker kann ich verkaufen. Die Goldanschein auch. Eigentlich kann ich... Das verkaufen die Fässer. Nova-Kanon behalte ich. Das kann ich auch verkaufen. Die Rollfüße sind nicht die schnellsten. Aber brauche ich nicht mehr. Die brauche ich auch nicht mehr. Brauche ich auch nicht mehr. Gut, dann haben wir das schon mal zusammen. Oh, wie viel... Achso. 10 sind gerade mal. Auch 4000. Ah, na, 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 na. Ähm... Hier. Was ist das? Oberstein. Keine Ahnung, wofür die sind. Oh, na, 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 na. Hier. Farbe. Kann ich mal was verkaufen. Rosa Farbe bräuchte ich glaube ich erstmal noch nicht. Warte mal. Ich lasse trotzdem nochmal was übrig. Ja. Ja. Ja, ich hab's gleich. Okay. Ich hab's gleich. Das dauert nicht mehr lange. Das Material... Das reicht nicht. Ah, komm. Guck mal hier. Das und dann... Ach, komm schon. Das war das Falsche. Ähm... Kaufe ich ihm die Silberbälle. Die 20 Stück. Zack. Und jetzt... Können wir... Das Ganze bauen. Aber ich lasse mal sie erstmal. Sortieren. Was haben wir gebaut? Was brauchen wir? Wir haben den Bohrarm, die Nova-Kanon und die Urne. Baum. Äh... Jetzt mal so hinpacken. Den Staubsauger-Akku, den haben wir nicht. Den Buggy, den haben wir nicht. Die Multifüßer. Ach du Jemite, der fehlt uns ja noch. Das sind die Silberbälle. Die Eimer. Beine haben wir nicht. Bohr-Arm haben wir? Hammerarm. Können wir bauen. Laserarm. Können wir bauen. Dann brauchen wir noch die Multi. Das heißt, wir brauchen noch 8 Silberbälle. Okay. Wir brauchen 8 noch. Gute Frage. Nächste Frage, bitte. Ich verbrauche jetzt mal hier was von. Okay, das müsste eigentlich schon länges reichen. So, 8 Stück brauche ich noch. So, 1.600. Und dann können wir uns noch die Multifüße leisten. Hervorragend. So. Dann haben wir hier alles. Was wir bauen können. So, Paradiesfrucht. Ah, jetzt können wir gar nicht nachbauen. Okay. Sieht ja schon krank aus. So, die Bohr-Armen. Sehen so aus. Dann die Hammerarme. Die Laser. Das sieht so krank aus. Der Buggy. Der sieht aus wie eine Spinne. Der Eimer-Akku. Der Staubsauger-Akku. 200. Der Uhren-Akku. So, jetzt die Frage nur. Ich probiere einfach mal die MG. Und die ersten Füße sind hier bei mir. Der Ropeller. Das mache ich jetzt einfach mal. Ne, die Eimer. Dann nehme ich hier den Ropeller. Und dann den Buggy. Ne, den Buggy zuletzt. Ne, den Buggy zuerst. Nova-Canon. Bohr-Eimer. Okay. Die Akku ist, die könnte ich eigentlich relativ verkaufen. Das sieht so krank aus. Jetzt. Mit dem. Mit dem Whipod. Dann haben wir jetzt richtig aufgerüstet. Eigentlich, was wir jetzt so bauen können an Rumpfen. Haben wir. Es fehlt aber noch ein. Die wir doch jetzt sofort bauen können. Weißt du was? Das machen wir aber mit nächstem. Wir müssen noch die restliche Zeit nutzen, um Heimrader aufzubauen. Fehlen uns überhaupt noch Materialien? Ich weiß es nicht. Citrix steht immer noch hier. Ropeller verbessern. 5000. Der nächste Hyperkern. Und hier können wir die ganzen Sachen kaufen. Ach was. Wisst ihr was? Ich hole mal den Kern. Dann haben wir mehr Verteidigung. Meistergradkern. Oh, da kommt ja noch einer. Uiuiuiuiui. Eben schnell reparieren. Und dann. Hier schnell Heimrader noch zu Ende bauen. Die Zeit läuft nämlich davon. Wenn nicht, dann müssen wir die nächsten Aufnahme weitermachen. Ich will es aber hier schon mal fertig haben. So. Wir haben 80% erreicht. Wir brauchen nur noch. Ne. Jowelt muss hier wohnen. Und die 100 Kulturpunkte müssen wir erreicht haben. Gut. Das heißt. Wir brauchen ein weiteres Steinhaus. Klingt das überhaupt Kulturpunkte? Jo. Okay. Dann brauchen wir hier ein Lagerhaus hin. Eine Retterfahne. Ein Briefkasten. Schön in der Nähe des Gelsiers. Dann. Den Schornstein. Direkt hinter der Wetterfahne. Dann die Eisenlampe. Wand wechseln. Wand wechseln. So. Dann die Wäsche. Mal einfach hier hin. Kann ich den Eisenschornstein nicht auf das Eisenhaus packen? Und wir haben 100 Kultpunkte erreicht. Das ging ja schneller. Also ich dachte. Ich habe sogar noch hier Sachen. Okay. Das ging ja auf Kizuki jetzt. Ich glaube hier war noch keiner dran. So. Die Wetterfahne. Drei Euro. Okay. So. Die Wäsche. Die Wäsche. Wovor haben wir denn jetzt schon? 110. Den großen Kran. Hier war noch so ein Kran. Ich habe keine Ahnung, wo ich denn das hinpacken soll. Da war noch Platz. Da. Komm. Ich habe es gleich. Da war doch gerade noch. Da. Da war doch noch Platz. So. Dann haben wir noch hier noch einen. So. Zweiten Servo-Arm. Da muss ich aber auch noch Platz finden. Ich frage aber nur wo. Ich will mich hier endlich ja nicht aufholen. Okay. Das bringt gar nichts. Okay. Wir haben genug. Punkte. Und jetzt müssen wir noch Gerald. Hier in das letzte Haus reinpacken. Das war ein Jahr. Ah, wartet mal. Ähm. Den Arm müssen wir noch fotografieren. Großer Kran. Und den Servo-Arm müssen wir da auch noch fotografieren. So. Erstmal packen wir den Gerald da rein. Ohne Probleme. Und Zukunft wurde verändert. Vielleicht geschieht etwas. Das heißt. In der. Wenn wir jetzt das nächste Mal reingehen. Passiert auch was. Und die Zeit reicht sogar noch raus. Perfekt. So. Ähm. Den Servo-Arm. Altenstall. Können wir irgendwie noch einen Eisenschornstein fotografieren. Schornstein. Okay. Ähm. So. Packen wir alles rein. Drei nur Ideen. Und durchschen. Und dann. Auf geht's. In die Zukunft. Das reicht aber noch aus. Für die Katzin. Und dann geht es beim nächsten Mal in den Gundoburg weiter. Endlich. Was ist das? Was ist das? Es ist etwas da. Ich will es nachschauen. Ich will es nachschauen. Vielleicht finden wir da wieder Thron. Das checken wir natürlich sofort aus. Die Zeit werde ich mir jetzt noch nehmen. Dritte Ebene. Da, Kiste, Kiste, Kiste. Dreck mitnehmen. Hexenkompat. So, das war das hier, was er gefunden hat. Jo. Ich kann es nicht fotografieren, okay. Dann schauen wir uns mal an. Das ist, glaube ich, der Betriebsdingens. Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall irgendwas jetzt neu geboren. Wer bist du? Ich bin Maximilian. Bei der Weg, wie ist Monika? Sie war ein Bord des Gaspards-Battleschips und fiel in den Mount Gundor-Volcano. Ich gehe raus, um sie zu retten. Ist das richtig? Dann mach das mit dir. Feuerhorn erhalten. Feuerhorn erhalten. Feuerhorn erhalten. Das ist eine von meinem Land's greatest treasurest. Es kommt in Hande. Danke. Ich mache mein Bestes. Gaspard hat meinen Freund, Raybrandt. Raybrandt war ein noble König, und das Königste der Königsten. Aber Gaspard hat ihn verletzt. Du musst ihn nicht unterscheiden. König Raybrandt? Der Vater von Monika? Das ist richtig. Ich werde Gaspard bezahlen. Keine Angst. Ich weiß, du kannst es tun. Die Atlemilia hat dich entschieden. Good luck. Was ist das? Bestimmt auch wieder Lüftung. Steuerzentrale? Ne, Computer. Okay. Ich lauf zurück und ich stelle mich jetzt kurz mal zu dem Freund von dem König. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Dark Chronicle. Und wir sehen uns, wenn wir Gaspard besiegen. Also bis dann.